Warum? Wie hat er jetzt mich genau entdeckt? Ich weiß auch nicht. Das ist nicht der einzige Granaten-Afghan. Eilen. Danke. Ne, und hier, hab ich doch. Mach mal was. Aua, Heyda. Okay, ich glaub, ich muss mich in Sicherheit bringen. Ich bin kein Verräter. Ich bin einer von euch, Jungs. Müsst mich nur in Ruhe lassen. Da bin ich ganz lieb. Handzahm, fast. Hat einer da oben den etwa entdeckt? Die Toten? Aber selbst wenn, macht's eigentlich keinen Sinn, dass die direkt auf mich gekommen sind. Alter, schieß nicht auf mich. Zurück geschossen. Oh oh, fuck. Okay, ich hab ein bisschen damit gepokert, dass ich den vielleicht erleben kann. Aber es war doch nicht zu. Ja gut. Nochmal. Hey. Vielleicht war ich diesmal geschickter. Oh toll, jetzt muss ich alles nochmal machen, oder was? Gibt's doch nicht. Aua. Ich bin runtergefallen. Find ich nicht gut. Hey, guck mal. Ich kann hier rüber springen. So, ich werd mal hier unten ein bisschen... Ich bin nur ein Turi. Hallo. Ich bin ein Turi. Ich will nur ein paar Fotos machen hier. Vielleicht kann ich auch diesmal die Echse ein bisschen geschickter einsetzen. Man weiß das nicht. Dort waren da auch noch zwei. Na gut, die kann ich vielleicht von hier nicht sehen. Pflanzen versraubt hier. Ja, ähm... Da hinten ist ein Typ. Da ist ein Typ. Vielleicht hat auch jemand den draußen gesehen. Äh, das kann auch scheinen. Aber das weiß man nicht. Ich soll ja still und heimlich töten. Das heißt, wenn ich hier oben alle kille, dürfte es keine Probleme mehr geben. Ähm... Okay, ich will erstmal die in der Hürde, glaube ich, töten. Das ist, glaube ich, das Sinnvollste. Okay, der eine backt da wieder rum. Backt dir ein Eis. Und jetzt werde ich auf jeden Fall mal... Double Take Down, alles klar, das hat funktioniert. Nichts. Okay, der ist jetzt da drin. Erledigt. Nichts. Niemann noch nichts. Hoffentlich hat der Letzte was dabei. Oh, was war das denn für eine Ektion? Okay, weiter Rucksack voll. Gut, einer fehlt hier oben noch. Der Kollege. Nämlich, der darf die gleich nicht... Netz, heilige Scheiße. Du hast hier niemanden gesehen, alles klar. Du hast niemanden gesehen, Freund. Der Sonne. Okay, damit könnte ich die beiden nicht umliegen. Das geht definitiv nicht. Von da aus... Ja, runtergesleitet. Okay. Okay, da komme ich von da aus nicht hoch. Hier runter, das ist okay. Double Take Down. Und? Nicht die Liste, aber was ist das? Eine Notiz? So, wenn dann richtig. Was ich mache, wird richtig gemacht. So, du bist frei. Lauf. Mein kleiner Freund. Okay, jetzt sind nur noch die beiden üben oben übrig. Und... Das wäre quasi... schon fast ein Selbstmordkommando, wenn ich... noch irgendwie... Hä? Oh, da ist noch einer. Warum ist der denn noch einer? Habe ich die nicht... Ne, dann habe ich offensichtlich nicht getötet. Wahrscheinlich nicht ganz getroffen. Juhu, ich mag es, wenn Sachen explodieren. Moment, kann ich da hinten vielleicht eine Granate hinwerfen? Ne, sieh, aber ich fliege sie nicht. Was macht der denn? Ich weiß das nicht so genau, ne? Was er vorhat. Ich glaube, ich werde gleich brennen. Als ich das Feuer ausbreite. Oh. Okay, ich laufe weg. Nein, du siehst mich nicht. You don't see me. No, no. You don't see me. No, no. Ich bräuchte eigentlich mal so leichte LMGs. Äh, so leichte... LMG-Dinger. Okay, der Wald brennt. Sehr gut. Yo, fand auf jeden Fall funktioniert. Schön. Sam, ich war im Tempel. Ich habe alle drei erwischt, aber nichts. Ich war nicht da. Das ist sehr schade, ne? Ja, aber ich fand eine Notiz. Sie treffen sich in ein paar Tagen. Scheint wichtig zu sein. Dann findest du die Liste bei dem Treffen. Das muntert mich wieder auf. In der Zwischenzeit muss ich etwas für heute erledigen. Willst du vielleicht mitkommen? Wunderbar. Triff mich an den Drogenfeldern. Ich hab da was zu klären. Nur mal so, ähm, aus Instinkt. Wenn man, ähm, fuck right right, schon eine Weile gespielt hat. Dann könnte das gleich wie eine Falle wirken. Ach, hier hab ich sowas gefühlt. Kann ich auch nicht erklären. Irgendwie ganz komisch. So, dieser Satz. Ich hab da was zu erledigen. Dachte ich mir so. Alles klar. Jetzt mich erledigen, oder was? Ich hab ein ganz übriges Gefühl dabei. Ich weiß auch nicht. Ich hab da keine gute... Irgendwie nicht so. Ach, hier sind die... Haben wir die nicht abgefackelt? Kann man nicht? Die coole Musik! Die coole Musik! Doch, sie kam da. Aber, ist egal. Ich hab ein schlechtes Gefühl. Aber auch Waffen dabei. Also... Das gleiche ich nicht wieder aus. So. Was gibt's? Die Piraten greifen Heutz Drogenfelder an. Sie haben Bomben gelegt. Wir entschärfen sie. Okay. Bist du bereit? Blitzkrieg! Jetzt ernsthaft? Bist du bescheuert? Blitzkrieg! Warum greifen die Piraten Heutz an? Ich dachte... Die Piraten wären Heutz Männer. Es gab einen Kampf. Ja, Heutz wird seine Hunde zu den Leichen kriegen. Super. Ich entschärfe die Bombe! Deck mich! Jo, Mann! Okay. Hier kommt keiner vorbei. Und wer doch wär vorbei... Wird Kugeln... Schmecken. Au, au. Hey, verpiss dich! Oh, ich glaube die Bude brennt. Sorry, mein Fehler. Langsam heiß hier! Ja, ja, ich weiß. Aber... Das macht nichts. Hä? Okay, das ist weg. Hey, du Penner! Das ist mein Freund Sam Fischer nicht ab. Hier gehst's! Sam, komm schon voran! Hey, du Penner! Komm schon, Mann! Komm schon! Komm schon, Mann! Komm schon! Yes! Sehr gut! Okay, weiter! Los! Warum ist das eigentlich eine Zwei-Mann-Operation? Oh, shit! Oh, shit! Die ganze Sache brennt, alter! Ja, den mach hin! Auf zum nächsten! Wir wollen die Bomben schützen? Ihr seid, ihr sitzt wahrscheinlich genau drauf, so wie ich die blöden Piraten kenne. Ja, tue ich. Kein Problem. Kriegen wir hin. Bring die Leiter hoch auf Dach. Was? Achso, sehr auf Dach. Okay. Geht auf dem Dach. Äh, und? Fuck! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Wow, 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 wow! Fickt euch da hinten! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Jo, lauft durchs Feuer! Kommt schon! Lauft durch die Hölle! Ihr Lämmer! Den ist auch einer. Moment! Moment! Und? Okay, das war's. Gut. Gut, ich wollte mich nicht heilen. Genau. Okay, fertig? Sehr gut. Weiter, komm! Schnell! Sonst brennt uns der Arsch. Sam, was ist los, Mann? Ja, der los. Ich bin zwar gerade irgendwie high, aber... Oh, shit! Scharfschütze. Okay, weggebankt. Okay. Wir haben wenig Zeit. Ja, wir haben immer wenig Zeit. Geh nicht rum. Okay, wo sind sie? Nein. Okay, ich geh rein, ich geh rein! Okay, Sam, komm, du machst das. Du bist der Mann, Mann. Ja, okay, ich mach das. Ich gehst geschützt. Fuck, Alter! Scheiße! Fuck, welches geschützt? Welches geschützt? Scheiße! Egal, ich schaff das auch so ohne. Kommt schon, ihr Armleuchter. Sehr gut, Sam, sehr gut. Ich könnte hier ein bisschen Hilfe gebrauchen. Du holst sie hier gar keinen. Fuck! 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 Yo, Moment! Wo ist er denn? Fuck you! Goddamn, bitch! Okay. Das ist klar. Okay, das war... Deep Throat? Also, äh, 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 ich bitte dich, äh, es ist doch, äh, es ist jetzt aber ein bisschen, äh, ein bisschen anstößig hier, das ist, äh, aber auch schon, äh, jujuj, äh, ich weiß, äh, ich weiß ja nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß nur, dass ich jetzt einen Fähigkeitsmut verteilen werde. Deep Throat! Alter! Geht's noch? Die Vollwertigkeit, dann nimm einen Gegner mit für euch, oder? Okay. Yeah! Ich drücke einfach eine Strecke schnell, um seine Pistole zu nehmen, wie er es zu haben will. Okay, cool. Sehr cool. Okay, nehme ich auch. Weiche Lande und verringst den Schaden bei den Schützen, äh, da ist 27 Prozent, okay? Cooler Schütze, du kannst länger mit stationellen Werfenfeuern, bevor sie überhitzen. Nö. Ich nehme das hier. Okay. Also, äh, ich weiß nicht, was, äh, davon, äh, ich bin ja jetzt ein bisschen erpört, ne? Also, ich weiß ja nicht, das ist ja alles, äh, noch seltsam, ja. So, äh, brennen, fällt. Brennen! Diesmal keine coole Musik. Oh, Mann. Aber Jason wird trotzdem heil. Aber die haben wir eben gerade gesehen. Und das Feld, es brennt. Und das Feld, es brennt. Ja, das Feld, es brennt. Es brennt überall. Das Feld brennt. Das Feld brennt. Das Feld brennt. Ja, das Feld brennt. Das könnte ein Lied von Rammstein sein, das Feld brennt, oder so. Ja, Leute, mit diesem schönen, äh, Feuerschirn hier, auf dem ich gleich meine Marshmallows kriegen werde. Und dann, äh, mach ich auch noch mir ein Würstchen warm und ein Steak und ein Kültes Bier gibt es auch noch dazu. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach das nächste Mal wieder. Wenn es wieder heißt, Let's Play Far Cry 3 ohne Schleichmission, dafür mit sehr viel Brennenfeldern und Action und, äh, heut, der hoffentlich noch gehäutet wird. Oder, äh, etwas ähnlich Schreckliches, wie ihr erfahren wird. Wir werden das natürlich, äh, erfahren beim nächsten Mal. Also, Leute, bis dann. Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.